jo moin moin freunde nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren runde call of duty modern warfare und weiter geht's mit meiner ax 50 mit der ich jetzt nur noch die fernabschüsse machen muss um sie endlich auf gold zu bringen und das ist mehr als schwer sozusagen weil ich immer die falsche map dafür bekomme hier hinten mache ich mal das glaube ich immer eine gute position für die fernabschüsse mann er kriegt den hitmarker ich hasse es ja dann schnell schnell wieder auf meine position bevor er dort um die ecke gerammelt kommt und und ich habe ihn nicht mal gesehen nur seinen namen was hitmark das kann doch nicht sein wieso mache ich immer nur hitmarker hallo jetzt so nachladen schön und zwar noch zwei schuss drin aber die sind schnell weg jetzt habe ich schon gedacht da läuft einer das waren meine eigenen streite die ich da gehört habe auf den tasch er war oh hallo na dann lass uns gleich mal nachschäden schauen wo der bursche sitzt da ist er ja schon komm zeig dich ich hätte ihn jetzt schon haben können mist was ist da los na dann eben durchs holz jetzt wird nie mehr auf dem dach geschimmelt so am restaurant nutzt mir der feind gar nichts ich brauche ihn hier ey was da war ich doch drauf aller wieder der hit die wollen mich jetzt verscheißern wieso kriege ich denn hier noch die scheiß hitmarker rein also besser wieso haue ich den hitmarker raus wieder hitmarker so jetzt neuer trick ich lege mich gleich mal hier oben so aber das bringt mir doch nichts ich brauche doch ferne abschüsse menschens gehen also jetzt ganz gesch- hitmarker hallo das das spiel mich will mich heute verarschen alter oh eh danke kumpel mein kamerad hat ihn über den haufen geschossen und mir meine position hier gesicht restaurantes scheint gut besucht zu sein das ding läuft die bude macht umsatz fernkämpfer sehr schön ok oh ja phosphor freigeschalten wer mich kennt der weiß eigentlich dass ich nicht der campertyp bin aber hier hier geht's leider nicht anders ich muss nachladen hier geht's leider nicht anders weil ich brauche die fernabschüsse verdammt mist da ist man durch die lappen gegangen da ich sehe ihn nicht da junge völlig überraschend kam ich ein vom restaurant gast erschossen so wieder meine schimmel ecke es nützt nichts schon zehn meter vorher auf die erde gegangen man ich hätte ruhig noch ein paar meter laufen können so jetzt zeigt euch es ist auch so schwer eine gute map zu finden wo man fernabschüsse machen kann fritz jung ach ne finz jungs was los keiner lust sich eine kugel abzuholen von mir langsam kriege ich das 100 yard starren ich werde schnee blind dann gehe ich mal da hoch oh nein nein na gut die hätte ich mir jetzt sparen können ich hätte mich so hoch heilen können so und dann gehe ich mal hier an diese Schimmler Bude hier ja da das ist auch einmal ein beliebter Schimmler Spot yes was ist hier los oh da war da war zwei zwei einen habe ich nein vorbeigeschossen hat er bestimmt hier da kommt hier oh ach schade kurze Orientierungsprobleme gehabt wie gesagt schon eine weile nicht mal gezockt ich meine das ist wie Fahrrad fahren das verlernst du nicht aber manchmal ist er dann doch kurzzeitig Orientierungsprobleme wo du bist also ich jedenfalls Tür zu aber wer bin ich schon ja ich muss auch drauf achten dass die ja nicht reinkommen da unten sind Schritte die machen mir etwas Angst ich hoffe meine Leute kümmern sich darum gerade gehört dass die Schritte immer näher kommen da flog auch schon die Tür auf schade 11 läppische Kills aber immerhin einen Fernabschluss gemacht so Leute ich danke euch fürs anschauen und ich hoffe beim nächsten Mal wird es wieder besser hier die Armkost die habe ich auch noch nie gespielt sieht aber auch doof aus irgendwie oder eh da so nachlädt gut wir sehen uns bis dahin ciao und Bis zum nächsten Mal.